Stolz sind wir zum Beispiel, wenn es dem Parlament laut zuging, wenn die Regierung gesagt hat, wir haben hier Schaufensteranträge gestellt. Das waren meistens dann Themen, die unangenehm waren für sie. Für mich persönlich natürlich, ich komme aus dem Allgäu, das grüne Zentrum in Immenstadt oder Themen bei der Bergwaldoffensive, das bleibt in Erinnerung, weil die Leute vor Ort sagen, dass es einem wichtig ist und war.